Die Welt bebt und möchte die Parasiten abschütteln. Priya glaubt, dass es Mörsers neuer Plan ist. Mörser. Ein kleiner Mann, der die Worte der ABA predigt. Hast du Rednella gesehen? Ist sie okay? Ich erkenne eine Trahe in ihr. Sie erkundet die Pfade in ihrem Inneren. Genau wie du Pandora erkundest. Eine Zeit. Die Farintour werden eine brauchen, wenn ihr euren Platz unter den Karten nehmt. Ah, zu spät. Ist das der Grund für die Beben? Sieht ganz aus, sei übel. Gruppost. Check den Shop. Ich kenne nur Fotos. Auch wegen des Öls. Die dachten, die Wüste sei tot. Aber Wüsten sind mächtig. Friedlich. Wunderschön. Und voller Leben. In Bewegung doch unveränderlich. Was sie dem Land antun, die RDA, ist tödlich. Deshalb muss das Ding da weg. Ich komme nicht von hierher ran. Aber es geht. Jo, jo, jo. Die machen ja alles kaputt. Stöhnt. Atemzüge. Okay. Hm. Alles kaputt. Suche nach Überlebenden. Mach ich. Na komm schon. Schnell, schnell, schnell. Oh, wie sieht es aus wie bei Soldat James Ryan. Schlachtfeld. Haben sie James Ryan gesehen? Geh. Oh. Geh mit Awa. Geh mit Awa, aber geh. Junge, sieht es ja aus. Übel. Ja, ich komm. Ich kann mich nicht. Noch einer tot. Hm. Ei, 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 ei. Hoppala. Das hätte ins Auge gehen können. Oder auf den Kopf. Oh, das sieht aber übel aus hier. Das tut einem ja richtig leid. tot. Tot. So viel. Ich glaube, das gibt einen mächtigen Racheakt. ist gut. Oh, ich dachte, da liegt ein Kopf. Ja. Euch nicht beobachten. Oder ihn hier. Nö. Oh, ich höre Stimmen. Vater erwartet uns im Lager. Ich kann nicht allein zurück. Ich werde deinen Schmerz den Verursachern zurückgeben. Bitte. Priya, hier wurden so viele umgebracht. So viel Tod. So viel Leben zerstört. Ich gehe jetzt zum Bohrer hoch. Damit das nie wieder passiert. Genau. Schluss mit lustig. Flux. Ich muss höher kommen. Ob wir hier gleich noch überrascht werden von irgendwelchen RDA-Leuten. Yo, yo, yo. Easy, man. Easy. Easy. Dale. Ich versuche das, bitte. Jetzt wird er aufgeräumt. Ihr könnt doch nicht einfach mein Volk so penetrieren. Oh nein. Durchquetschen. Nein, passt nicht. Okay. Alter. Das Teil. Okay, und dann geht Action. Ich hoffe, du hast genug Munition dabei. Das sagen wir mal so. Ich bin beim Bohrer. Was soll ich machen? Ich höre dich. Die Zerstörung des Burkens macht dieses Monster nutzlos. Er ist geschützt. Schneid die Kontrollseite durch, dann sollte sich eine Luke öffnen. Und beeil dich. Das ist die ADL. Nichts ist je genug. Ich muss nur so ein paar Mechs töten, dann habe ich wieder Munition. Okay, gewaltiges Ding. Ich bin bei mir so ein Hengst. Ich bin bei mir so ein Hengst. Hau! Ich bin bei mir so ein Hengst. ich habe da so lange gebraucht ist da keiner drin kann ich da rein oh hier habe ich noch das sieht man nicht ok wo ist da oben immer mal ganz vorsichtig gucken just another day with you and me in paradise ich hätte brauchst du nicht digga jetzt muss ich da wieder runter und da drüben nochmal hoch ja wir schaffen das hä wo war das andere bin ich doof jetzt warte mal muss ich erstmal umgucken wo muss ich hin hin unten jetzt wo du es sagst kriege ich es auch jetzt wieder hoch den blauen kabel hinterher jawohl oh Oh, oh, oh! Moment! Oh, oh, oh! Schneid! Oh! Oh, oh, oh! Du kannst Soldaten auch mit der Faust weghauen, wenn sie so nah vor dir sind. Ah, ja! Erwischt! Okay, okay. Du hast dem blauen Kabel nach. Roger, Roger. Geh runter! So! Geh runter! Jetzt hab ich dich! Mad ist, was dein Kling! Oh! 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 Das ist mit dir, Liga! Oh! Okay, stabil. Move, move, move. Ah. Was? Okay. Was war das denn? Ah, weggepuckst. Nicht so schnell, Digga. Oh, weggepuckst. Oh, weggepuckst. Oh, weggepuckst. Oh, ein Flammenwerfer. Fuzzi. Wo ist der? Da unten? Ich glaube, da muss ich mit Pfeile rein. Ja, ja, die Öffnung. Schon klar. Es will nur nicht so ganz funktionieren. Nehmen wir mal den. Nee. Oh, weggepuckst. Oh. No, wall wall. oi 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 da wird aber schon ein moment hier warte mal, geh nochmal da hoch ich glaub von hier ist es besser ah ja es war besser wo bist du? das ist nicht deine schuld ich weiß, ich weiß ich hab das gefühl, dass ich erwirken muss wir tun es zu wenig wenn sowas immer noch passieren kann wir verhindern, dass es nochmal passiert ok, du hast recht gut, dann, ja nimm alles, was du finden kannst geh zur Steuerung und lad alles runter wir müssen rausfinden, was Neues davor hat ok, wohin? dahin da war ich ja schon mal zufällig auf dem richtigen weg ok ich habe damals Granatpfeil reingedonnert ah, ja die ich immer noch nicht habe rein in die Olga aber haben könnte es da gebe ich dir recht hier ich brauche einen Terminal für den Download da oben er hat es gesagt da ok ja klar oh bazooka ab verloren ok aus hier zeichnet schlechter ok hätte er sein können wieder Sachen herstellen hier ich bin zu hoch da muss ich hin einer hatte mal einen Bug der Dude würde dann durch Wände hindurch erschossen keine Chance ja, hau die schlecht hier sagt wer und ich weiß, dass du da bist und ich weiß, dass du da bist hier ist nichts ok was haben wir hier drin nix nix dann gehen wir mal gucken ich war doch schon da oben einmal zweimal ok das war der erste streich der zweite folgt zugleich ok aktiviere die südliche Sonde der Bohr plattform alpha ok das ist dann wohl die und da ist auch noch was na ah gehen wir da lang doch ein Stück weit weg ok ok Nö, nö, nö. Funktioniert jetzt die andere. Okay, Nummer 1. Hi, Matt Martin. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Kann nicht mehr weit sein. Ich nehme an, du hast doch schon gezockt, wenn du das weißt. Und herzlich willkommen bei dem Bekloppten im Stream. Klar, warte mal. Vorsichtshalber hier. Waffe und diesen hier. Nur zweimal. Ach, das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Wir alle, Mia. Wir alle sind bekloppt. Das ist Grundvoraussetzung, um hier zu sein. Findet die Feinde! Und sehr oft Kurven und anderen. Das habe ich noch nicht einmal gemacht. Ja, mit Lupe hast du den richtigen Ansprechpartner. Wie oft hast du es durch? Dreimal? Na sicher doch. Ich glaube, die Blauen haben zu viele von diesen irren Pilzen gegessen. Oh, ihr habt ihre Pilze. Geil. Oh, Mann! Ich habe ein Koppel gegen hier. Ich sterbe, Mann! Schau für die Unterstützung! Oh, Mann! Bleib stehen! Ich treffe dich nicht. Dann komme ich zu dir, Digga. Andere Seite. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Schau schwerer aus, als es ist. Auf PC, aber mit Controller. Ich habe es angefangen mit Maus und Sastatur. Ich habe dann aber festgestellt, dass es mit dem Controller dann doch ganz gut funktioniert, tatsächlich. Wegen dem Aim habe ich mit der Maus und Sastatur angefangen, aber alles andere geht mit dem Controller besser. Ja, von daher. Schaufelrad-Bagger-Platt machen darf. Hihihi. Ah, gucken wir mal, was hier passiert jetzt. Ich möchte, das wird nicht sehr schnell gehen. Bereite einen Willkommensgruß für die Verstärkung vor, bevor du was einschaltest. Das haben sie verdient. Ach was. Alles kein Problem. Keyboard-Junkie-Controller habe ich gar keinen Aim. Ja, hatte ich viele, viele Jahre auch nicht. Ich komme eigentlich aus der PC-Zocker-Ecke, aber irgendwann bin ich auf Konsole umgestiegen. Anfang 2000er, also 2003 quasi, mit der ersten Xbox. Und bin da bis letztes Jahr dabei geblieben. Den PC habe ich mir erst im Dezember gekauft. Ich glaube im Dezember. Bin quasi wieder back to the roots, habe es aber völlig verlernt. Oh Gott, Alter. Wohin? Oh, schnell! So. PS1 war die letzte, okay. Ich habe diverse Konsolen, um es mal nett auszudrücken. So. Böse, Jungs. Böse, Jungs. Schnell, lad doch nach, die Gahre. Bleib nicht vom Lein. Oh, freigelaufen. Oh, fuck, Alter. Ich glaube, ich bin hier in einer etwas knüpfigen Situation geraben. Glaube ich. Oh, Alter, schneller nach. Damn, boy. Renn. Komm, ich komme da noch rein. Alla. Die wollen uns echt nicht mit den Daten abhauen lassen. Ja. Mal rauf. Oh, oh, oh. Ah, Nintendo Switch. Cool. Die habe ich nicht. Die hätte ich gern. Dass ich mit meinem Sohn ein bisschen zocken kann. Das ist so zwei Backseat-Gamer im Chat. Ja, ja, ja. He, 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 he. Ich mache kein Backseat. Ich hole das andere. Leiden und suchen wie ich. Ja, genau. Genau. Oh, was ist hier denn los? Ja, bist du. Wo seid ihr? Da. Komm. Wo sind die hergekommen? Oh, meine Scheiße. Verziehe den. Kontakt. Oh, keine Blinkgranate. Siehe ich doch nichts. Und zwar jede Menge. Perfekt, ich will es nicht beschreiben, aber damit binden wir vielleicht das Blatt. Und sie zu haben, sie fliegt die zu um. Wohin? Achso. Okay. Ich glaube, es sollte gehen. Und zwar dahin. Da wirst du es mit toll. Mario Kart und Party. Jawohl, jawohl. So. Easy. FBI, open it up! Haha. 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 also war doch easy also da waren schon schwerere dabei da war halt viel los jetzt aber da waren schwerere dabei muss ich mal so erwähnen all diese zerstörung von einer einzigen sprengladung ein alter heilen wichtig definitiv dem geht es nicht so gut beziehungsweise müssen einen abgleich tut machen ich muss da noch einige nachrichten beantworten die ich noch gekriegt habe kannst du das priya bringen daten von der rd ja hab versucht sie zu erreichen konnte sie aber kaum hören was hier passiert ist diese zerstörung am liebsten würde ich in den samson steigen und einfach nur weit weg fliegen wir werden sie stoppen kurbmäßig man zu und die navi wir menschen ich weiß nicht ob wir wirklich helfen selbst wenn wir wollen also gut fliegt vorsichtig du auch Lup 3 miedo